Hey ihr Lieben, ich bin hier in meinem Hotel in Köln und wir sind gerade bei den Vorbereitungen für die Show am Donnerstag und ich wollte euch nochmal ein kurzes Video bringen, weil ich euch nochmal darauf hinweisen wollte, dass ihr am Donnerstag ja alle anrufen könnt, aber ich wollte nochmal einen Aufruf starten, dass ich jede einzelne Stimme von euch gebrauchen kann. Also wenn ihr mich cool findet, dann ruft für mich an, so oft wie ihr könnt. Es wird drei Runden geben. Hier ist nochmal die Filmbearbeitungshelene. Die Helene in Vergangenheit hat nämlich leider vergessen zu sagen, dass ich schon nach der ersten Runde rausfliegen kann. Also nach jedem Song, den ich singe, müsst ihr anrufen, denn sonst kann ich rausfliegen und das wollen wir ja nicht. Und am Ende entscheiden dann die Zuschauer, welcher Kandidat und welcher Song. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr alle für mich anrufen würdet, denn dann darf ich Deutschland in Kiew vertreten und das wäre super geil. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich kann jeden von euch gebrauchen. Ich brauche jede Stimme, die ihr habt. Ruft vom Handy an. In der App könnt ihr auch stimmen. Ihr könnt anrufen, schmeißt Partys, sagt es all euren Freunden, euren Riesenfamilien, sagt es der ganzen Welt. Ich würde mich super, super freuen. Und ich habe einfach nur mega Bock und ich hoffe, euch gefällt meine Performance. Und ich freue mich riesig dabei zu sein. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.